Das ist der luxuriöseste Kombi, den der tschechische Automobilhersteller Škoda zu bieten hat. Er soll ein überdurchschnittliches Raumangebot mit erstklassiger Verarbeitung verbinden. Doch das ist nicht alles. Super bietet auch sehr viele Assistenzsysteme. Einerseits sind die Sicherheitsassistenzsysteme und zweitens die Komfortsachen. ACC bis 210 km pro Stunde inklusive Stauassistent und Emergency Assist. Blindsport Detection, Front Assist, alle diese Sachen sind an Bord. An Bord des Superb gibt es jede Menge Platz. Das Kofferraumvolumen von bis zu 1950 Litern ist Klassenbestwert. Satte 170 Liter mehr als beim Passat-Variant. Wen die Kante der umgelegten Rücksitze stört, der sollte den doppelten Ladeboden bestellen. Für die kleinen Dinge des Alltags hat Škoda clevere Lösungen zur Ladungssicherung in den Superb integriert. Neben Barrieren mit Klettbefestigung und Haken gibt es auch eine Taschenlampe im Kofferraum. Für die Verwahrung von Warnwesten hat Škoda auch eine clevere Lösung gefunden. Warnwesten ist ein Vorschrift in sehr vielen Ländern in Europa. Wir haben nachgedacht und wir haben einen speziellen Raum dafür vorbereitet. Jetzt haben wir da eine extra Ablage vorbereitet in alle vier Tieren, wo könnten sie die Warnwesten reinstecken. Unser Testwagen hat die höchste Ausstattung Lorien und Klement. Die Verarbeitung ist alles in allem auf einem sehr hohen Niveau und alle Bedienelemente sind logisch und übersichtlich aufgebaut. Auch vorne finden sich viele clevere Ablagemöglichkeiten. In die Türverkleidungen passen bis zu 1,5 Liter große Getränkeflaschen. Und in dem gekühlten Fach in der Mittelarmlehne finden bis zu 4,5 Liter Flaschen Platz. Auf der Rückbank des Superb kann man es sich dank Mittelarmlehne und iPad-Halterung so richtig bequem machen und abschalten. Auf Wunsch gibt es hinten neben einer Klimazone auch Sitzheizung. Stromanschlüsse aller Art sind auch vorhanden. Falls die Beinfreiheit hinter dem Beifahrer nicht genügt, kann man für 60 Euro extra Schalter für die Sitzfeststellung von hinten. Der Sitzkomfort ist gut, das Lenkrad liegt gut in der Hand und das verstellbare Fahrwerk mit Dynamic Chassis Control, das ich dann einstellen kann zwischen komfortabel, normal und sportlich, das finde ich auch sehr angenehm abgestimmt. Das Design des Skoda Superb Kombi garantiert einen starken Auftritt, stets dynamisch und schick. Wir haben den Skoda Superb außen sehr dynamisch gestaltet. Dabei haben wir die neue Skoda Design Strategie umgesetzt, bei der wir viele horizontale Linien verwenden. Außerdem war uns der Wiedererkennungswert der Marke Skoda sehr wichtig. Deswegen haben wir zum Beispiel hier in den Rückleuchten das typische C-Muster integriert. Superb, ist der Skoda Superb nun superb? Ich würde sagen, für das Geld, was er kostet und für das, was er bietet, kann man durchaus sagen, dass der Skoda Superb ein superbes Auto ist und der Kombi ist vielleicht noch etwas superber. Schickes Design in Kombination mit einem außergewöhnlichen Platzangebot bekommt man beim Superb schon ab 25.590 Euro. Ab 37.450 Euro in Deutschland erhält man die besonders luxuriöse Laurin- und Clement-Ausstattung.